Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play The Last of Us. Ich bin der Mushroom und neben mir sitzt mein Heilmittel, mein Antivirus, der AllRampage. Ich glaube nicht, dass ich so gut funktioniere, aber ja. Wo war er stehen geblieben? Na ja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bist zu. Und so kam das. Verstehe. War Malin bei dir, als das passierte? Nein, ich bin ja nicht so wie sie da. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es dir wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. So, jetzt haben wir den Lug gelabert. Ich glaube, die sind jetzt eigentlich mitreden, ja. Was haben wir gerade gemacht? Wir waren gerade in diesem runtergekommenen Gebäude, wo ein paar Infizierte waren. Dann sind wir durch einen U-Bahn-Schacht, also durch so eine U-Bahn-Station, wo tausend Klicker waren. Ich glaube, es waren tausend Stück. Genau. Nicht weniger. Und nun haben wir uns hier verschanzt, weil hinter uns ein paar Infizierte waren. Im letzten Moment noch. Ja, und jetzt können wir endlich unsere Waffen modifizieren. Modifieren wir eine Waffe, eine Werkbahn mit gewohnten Teilen. Ah, guck, hier funktioniert das. Was haben wir denn? Ja, aber ich, was haben wir denn? Ziemlich teuer. Teile. Ah, ich brauch dafür noch was anderes. Funktioniert nicht. Ah, da. Was ist das? Sieht aus wie so... Waffenhalfter. So eine Zange oder so, oder? Ein Werkzeug 1, fehlt mir doch... Achso, wo steht das? Ja, unten rechts. Ja, ja. 75 Teile. Wie viel haben wir denn? 46? Haben wir ja nicht genug. Oh, ja, hast recht. Ah, Level. Das ist Level. Ah, okay, tut mir leid. Ah, hier können wir was verbessern. Nachladetempo, Schussfolge, Magazinkapazität können wir verbessern und Revolver können wir verbessern. Wie schaut's denn aus? Gibt's irgendwie, ähm, Statistiken von den Waffen, wie stark die sind, wie schnell die nachladen oder so, so, so ein Balkendiagramm oder so wäre nicht schlecht. Okay, hier funktioniert nichts. Warten wir, jetzt schauen wir das mal nach. Molotov-Captic. Ähm, wir haben 25 Punkte. Fertigungszeit. Was ist das? Reduziert Fertigung, Fertigungszeit. Achso, für, ähm, für, für, für Medicaid oder für Molotov-Captic. Etwas unnötig. Ja, wo kann man nichts, ähm, Waffen kann ich nicht angucken. Ja, wie angucken. Ja, du kannst ja auch modifizieren. Ja, das machen wir jetzt mal. Okay, das ist so. Wird's. Was zum neuen Millimeter. Magazinkapazität ist. 15. Machen wir einmal, oder? Einmal für Halten. Ja, ähm, ähm, äh, wir sind zwar, da besser, okay, gut. Wie viele Teile, 31 Teile haben wir noch? Ah, verdammt reicht nicht. Ach, soll man machen? Ermöglicht hier die Waffen schneller abzufeuern. Bei Schussfolge. Und es ist schneller nachzuladen. Ähm, ich würde sagen, nachladen. Halter für eine zweite Pistole. Kasten 2 Pistole. Also, äh, zwei auf einmal, oder was? Keine Ahnung. Ja, hab ich. Ähm, was soll man machen, was soll man machen? Wir können zweimal die Nachladegebundigkeit verbessern. Also bei dem? Ja schon. Oder wir können eben... Also das auf jeden Fall und... Die Schussfolge. Hm. Oder wir sparen. Wir können natürlich auch sparen. Sollen wir mal sparen? Ja, ich weiß nicht, genau den Revolver nicht. Bis zum Beispiel haben wir den selten benutzt. Ja. Dann machen wir mal nachladetempo auch mal, weil... Es hat echt wenig Schuss. Und wenn, dann muss auch schnell nachladen. Es hat sich gar nicht mehr so gut. So, was hat die... Der normalen E-Mail-E-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail. So. Und wenn nicht nachgeschossen... Das hat schon mehr Kapazität. Wir finden wir... Hey, hey. LSD. Ja, ich glaube, hier ist nichts mehr. Oder? Oder? die zwei schleichen dann hinten noch rum dann gehen wir mal ein stück weiter hallo wir haben uns natürlich das letzte mal noch gefragt ob das spiel ziel mit erreichen des rathauses ist wenn man da in die ferne schaut das ist schon extrem weit entfernt 2 türen 50 50 die öffnet sich einfach so das ist gut hallo verdammt noch nicht immer diese schubläden wo nichts drin ist ich wollte nicht in die Ehre führen irgendwann sind da bestimmt sprengt wollen aber echt brauche eine Wase man wird machen und es gibt die Arme mit dem Bild Prozent und es nicht mal mit dem im Ton die er noch leise zerplatzt eine spezielle chinesische vase wie können wir ein messer herstellen und medical oder ein molotov alle medizin kann ich nicht ich glaube 3 maximal was ist das was ist das was ist los was ist es war jetzt keine ahnung soll ich das wissen waren sie hier oben aus der Art Museum ein Patriot wo kommt neben dem die Wache weg so ein Karabiner, oder? ne die haben glaube ich noch so Vorderlader hehehe hei hei Captain scheiß leider kann ich es nicht abundern nicht randalieren aus das gehört was zum knarzen das war die links aufgemacht hast wirklich das? ja ich weiß nicht, ich trau dem ganzen hier nicht ok aufpassen, schnell ja genau Joel ich lebe ich werde außen rum gehen Tess nein nein was habe ich gesagt Gott sei Dank auf den ihrer Seite ne ja shit shit und shit das ist ein Klicker also scheiße wie du lauf kannst du ein Klicker sein ne das ist keine Ahnung so ein das so ein k hat kann kann sie denn auch ja weil der hat mich doch wenn ich in den Menschen schleichen ok ich habe ich gleich mal so hinterher ja fach 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 so du sau bleib liegen wo ist ein anderer hin da und keine ahnung ähm irgendwo da rechts würde ich jetzt mal vermuten deshalb können wir jetzt hier offen und ehrlich durchs museum durchlaufen können unsere geschichtstour fortfahren ja wer möchte das nicht da hinten läuft ein reiner ich glaube ich habe dann noch ein Messer scheiße und besser kann ich noch keins machen ich habe nur noch zwei Messer üblich kannst du die auch ohne Messer killen ne das lässt er mich nicht ja dann wir einfach darüber einen Backstein wiii warte wie ist denn das Ding an den Äpfel ha erst mal deinen Kopf gell gibt's dir noch irgendwas ne ich hoffe mal nicht weil ich grad ja was ist da ach so stopp stopp brauche ich jetzt nicht aaaah was oh verdammt ich bin weiß es nicht bleib losstehen bleib mal stehen dann läuft dann da durch ja war mal ne Frau so wie es aussieht in der Kleidung oder auch nicht h wie wie jetzt hat sich doch gehört das scheiß Viecher mit was auch der Fabi der läuft auch immer so rum m m toll sind beide im Raum Geld die kommen immer mehr her das heißt nicht langsamer ich hab nichts zu werfen das ist das doch ich hab was zu werfen was ausprobieren nein nein wahnsinnig okay aber dann ist einer weggegangen das ist es ist ein ganzes nicht mit dem kipp n k k so ein auf dem mal weg oder wir können ja nicht ein Messer truppen da haben wir auch was in Backstelle machen müssen wir da rein wir können auch vorne rein wir machen es auf jeden fall mal so keine ahnung ich weiß auch nicht aber ich glaube wir sind richtig sieht auf jeden fall mal gut aus wie nach oben noch mehr von den viechern das macht er noch der box training der klopft gegen die führer wahrscheinlich sind da um tess und ellie drin könnte ich mir jetzt gut vorstellen direkt da gell aber das kann das kann klicker oder ich brauche hilfe du hast noch du oh fuck oh fuck fuck du war weg fuck ich hab geschlagen so das ist gut ah fuck er hat mich wieder erwischt oh ah fuck noch einer ja noch O2 wow ich muss ab und muss ab die Medikin nehmen ja ich glaube es kostet mich aber u ach sehr gut wenn ich so ein Wieser Schützer wäre wo sind denn die ok weg was ich an den ah das ist so verdammt knapp ja jetzt liegt hier hoffentlich viel rum das man mitnehmen können das war echt knapp natürlich liegt da gar nichts natürlich liegt da gar nichts